hallo zurück zu fortnite lego oder lego fortnite oder alter man spielt aktuelle spiele ja ich bin auch ein bisschen am rumexperimentieren ich kenne mich hier nicht so richtig aus ich meine minecraft habe ich schon mal gespielt ja keine frage das sind nur die grundprinzipien sind ja ähnlich wir versuchen wir das dorf aufzuwerten ich würde ganz gern mal die werkbank aufwerten weil dann könnte ich mir vielleicht immer eine stein axt machen kann ich das das ist ein scheiß wetter kein berg dahinter ja genau gehen dann baum das ist immer ganz ganz wunderbar das ist genau das richtige was er machen sollte klar aua das ist ja vielleicht baue ich gerade um bist fertig hintenwand offen mit und das Treppen, Zäune, Dächer, Hütten, Dach, Hütten, Dach, Stütze. Da müssen wir mal gucken, ob ich das irgendwie... Segenbahn. Oh, diese Baureihe ist echt ein bisschen fummelig. Klicke das dann irgendwie... Oder muss ich das hier so dran tackern? Okay, die Blitz sind vorbei. Das mal da oben drauf packen. Snapp doch einfach mal da drüben dran. Oh, das ist echt... Da war es grad. Ah, buch. So. Also in beide Richtungen offen, ne? Was haben wir immer noch? Wir haben noch Möbel. Ich kann noch ein Bett bauen. So. Dem Bett zuweisen. Dein Bett. Aber wir schieben es nicht zu sich zusammen, ne? So weit sind wir nun nicht. Farbenbomber. Schreibt's mal in die Kommentare, wenn ihr eure Freundin auch schon Farbenbomber genannt habt. Oh, Mann. Er ist ja schon wieder am... Also es ist ein scheiß... Es ist sternenklare Nacht, wenn es regnet. Ich ruhe mich aus. So. Mir ist kalt. Aber warum denn? Ich die im Bett. Ich kann... Warum ist mir hier kalt? Muss ich mir ein Lagerfeuer ans Bett stellen? Oder... 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 Uh, gleich in Ruhe. Das ist so schön. Abplan, die wir Planken haben. Good Red. Segel. Ach, Segel. Ich kann machen. Grill. Mmh. 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 Ähm. Diese Wand vielleicht mal wieder rausnehmen. Kartenmarkiere. Ach, guck mal an. Ähm. Letzte Baustelle. Was ist das hier? Baumstamm. aus... Schimmelchiff. Doppelhütte. Ach, ich kann mal gleich Doppelhütte bauen. Ah. Geräte. Zentrale Heizung. Was wollt denn ihr? Ja, ich bin Muskelkater. Du hast sicher schon von mir gehört. Also werde ich nicht alles sehr und nicht protzen. Schön, dich zu treffen. Sehr schön, dich zu treffen. Wenn du zufällig Edelsteine erfindest, die du nicht brauchst. Du willst sie gerne. Klar. Also falls du einen Hund rumliegen hast, den ich nicht brauche. Keine Ahnung. Gibt's da einfach, ne? Ey, ich muss mich wirklich mal ausschlafen. Da kommt mir dieses Dorf gerade. Recht? Ja. Bau dir auch ein Haus. Geht's denn echt ein bisschen übertrieben. Ein bisschen übertrieben sind die. Kann ich eigentlich hier einfach mal so ein Behandermäßiges im Boden... Gibt's da so Stabilitätskriterien? Guck mal, wie ich so belebe hier. Äh... Äh... Nee. Natürlich nicht. Ich dachte, ich kann ja, dass ich eine Veranda drauf baut. Da drüben könnte ich einen Boden... Ich... Da genau, da will ich einen Boden haben. Mhm. Funda... 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 Fundimente? Was ist das? Wieso ist denn das so leicht angehoben? Was ist denn da mit den Blöcklötzen passiert? Kann man jemand von euch zwei nicht dumm rumstehen und einfach mal Holz sammeln? Ich fände das sehr nett. Jetzt nimmt meine Achse schon wieder halb durch. Nein, nicht die Himbeere. Nachhaltiges Holz und ich meine, die Bäume wachsen danach, ne? Oh, Runger. Ich muss kurz zwei... Kürbise rein pfeifen. Sammeln. Stege liegen. Äh... Bäh. Ich... Ich sag, ich wusste... Ich weiß nicht, ob ich alleine am Serben... Ich sag mal kurz hin. Hallo? Hallo? Okay. Ja, ich... Okay, mag mich nicht. Tschüss. Tschüss. Vielleicht sollte ich dafür irgendwie... Äh... Dingens haben. Irgendwie eine Rüstung oder irgendwas. Das wäre vielleicht, glaube ich, ganz praktisch. Ähm... Kann ich hier hinten einfach nochmal ein Ding dran bauen? Es wird nicht schön, wie gesagt, ne? Böden. Zack. Kann ich noch einen Boden bauen? Ich würde gerne den Boden höher setzen. Einstupsen. Oh. Der fährt Rollschuh. Unser Muskelkater. Ähm... Wir drehen Ausrichtsmodus. Kann ich hier nicht... Ich würde... Hier... Ah, hier... Hä? Ja, ich weiß, dass... Hä? Hüttenwand? Kann ich das nicht auch da einfach... Na gut. Ich frage nicht... Was ist hier? Hüttenwände? Ähm... Ich würde gerne ein ganz... Wie geht's noch Dächer, die flach sind? So, die italienische Variante? Oder muss ich immer irgendwie hier so... Lachdach haben? Okay, wahrscheinlich muss ich da auch noch eine Wand reinbauen. Oder gibt es Pfeiler? Ja, Hüttenecke? So. Und dann kann ich doch bestimmt auch ein... ein Dach... Äh... Hütten... Dach... Hütten... Dach... Stütze? Ja, prinzipiell... Ja? Oh Gott. Ja, es ist so hässlich. Es ist so hässlich. Ich würde... Ich würde... Nicht einfach... Ah, wenn ich das so mache, dann... Wow. Kann ich es mit den Pfeiltasten... Kann ich es ein bisschen notchen? Dann... Dann... Dann möchte ich mal... Warum muss ich es verlassen? Ich würde gerne... Ja. Ich würde aber auch einfach gerne... Die Wand hier wegnehmen. Nicht mal im Bett kaputt machen. Ja, ich meine... Pfff... Es zieht halt ein bisschen... Komm... Stellt euch nicht so an. Nein. Oh Gott. Ist das hässlich. Ist das hässlich. Wieso... Ist alles... Schief und grumm? Wieso... Snappt der das nicht? Scheiße. Muss ich wieder mit den Pfeiltasten? Und dann kann... Nein. Nein. Kann ich doch irgendwie... Wende? Hütten... Hüttenwand... Doppelwand, ne? Halbwand... Ach nee... Halbwand... Ne... Es gibt echt so viel schräges Zeug. So... Ich muss die hier hin... Mhm. Ich muss aber so ein bisschen... Bisschen Böden und so und so... Also mal ein bisschen Fläche bauen hier. Hier kann ich wahrscheinlich gar nicht mehr. Oder es wird irgendwie schräg. Es wird irgendwie schräg. Es ist irgendwie schräg. Ein anderes Objekt ist im Weg. Das ist... Tragisch. So wird... Natürlich wird es... Warum? Ja... Ich habe gerade das Wort warum verwende. Das ist eigentlich... So wäre es gut. So würde es drauf passen. Aber... Warum ist ein anderes Objekt im Weg? Wo? Also was ist denn alles los? Ich feiere schon. Äh... Äh... Natürlich. Habe ich hier irgendwie... So ein... Giebel dran gemacht? Ne... Habe ich nicht. Es wird schon nicht reinregnen, ne? Ne... Stimmt nicht. Ähm... Ne... Nicht Gebäude. Bauteile... Geräte... Das ist der Gewerk. Nicht nur Ressourcen. Was fehlt bitte? Oh, hier ein bisschen Stein. Gut. Hat der schon wieder rumlaufen. Gut. Fressen dann ein paar Himbeeren rein. So. So, ich muss hier mal grad ein bisschen für Industrie sorgen. Weil ich will mir nicht immer so ein bisschen Sägewerk... Sie noch so, ne? Gut. Können ich Planken mal und Holzstäbe. Für was auch immer. Gut. Aber wir können es zumindest mal. Ähm... Hier könnten wir noch... Spinnrad. Ach, dann kann ich mir... Äh, ja, ja, ja. Schon klar. Ähm... Und den Grill will ich natürlich auch noch. Das war eigentlich das Dorf Upgrade. Was hat denn das noch gekostet? 15 Holz und 10 Steine. Hä? War das eigentlich schön hier? Ich will das nicht alles hier in der Nähe so wegkloppen. Ich will das jetzt mit Blödsinn hier rein. Ja. So, dann müssen wir hier ein Zeug aufsammeln. Holz rum. Können wir auch mit. Die sind eigentlich gar nicht schlecht, was so... Dingens ist... Äh, Nährstoffe. Sind die eigentlich ganz schick hoch. Nur wachsen die... Wachsen die nach, so wie die Himbeeren? Irgendwie nicht, weil ich ziehe die Ranke ja mit raus, ne? Was haben wir denn jetzt so? Neun. Hübschen. Stanky. Wachsen da eine irgendwie Bäume? Wird das zu einem großen Baum irgendwann? Oder wie lange dauert das? Oder... Oh. Falsches Gerät. Ein falsches Gerät. Ein falsches Gerät. Ein falsches Gerät. Das ist nicht weggegen. Dann müssen wir das Upgrade gleich mehr machen, dann können wir das gleich wieder wuscheln. Okay. Ich wollte nur das eine kaputt machen. Schaffen wir die noch? So, jetzt kann ich mal hier mal Upgrade, jetzt müsste ich nicht gehen. Aufwerten. Und das macht dann irgendwas. Baumstammscheune, Gebäude. Ich bin seit Stunden auf Erkundungstour. Ich denke überhebte heute in deinem Dorf. Komischer Typ. Ähm. Dem Bett zuweisen. Nein. Wähle einen Dorfbewohner. Oh, ich hab keinen Dorf. Kann ich wählen. Was war das gerade? Eigentlich nicht, ich baue ja gerade, wenn ihr dumm rumsteht. Du lässt dieses Dorf wirklich gut aussehen. Vielleicht wechselt das Interesse, coole neue Frau. Besucher fragen, ob ich nicht in so einem Dorf leben möchte. Je mehr, dass du besser aussehen können, all die einzelnen Besonderungen haben. Ja. Und wie kann ich das machen? Ich komme zum Beispiel. So. Ja. Doch. Ja, kocht doch. Das wäre nicht, wenn du, äh, wie Holz bringen würdest. Das wäre schon, äh, das wäre natürlich hier Premium sozusagen. Ja, das habe ich jetzt noch einen Rusch. Zeh und so. Sieben Steine. Kann man noch eine Waldachs bauen. Schaukel. Haukel. Haukel. Oder umgezogen. Waffen. Haukel. 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 Okay. Bäume hier sind alle so schön. Ich will die nicht weghauen. Vor allem kriege ich nicht irgendwelche Baumsamen oder sowas, wie ich wieder nachpflanzen kann. Das wäre eigentlich echt, das wäre nicht so schlecht. Das ist ja schön. Das ist ja auch in unserer Wirklichkeit. Äh, was ist da? Das ist eine Windhose. Hallo? Das ist ja für Jonas Wagner. Oh. Oh. Der sieht nicht gut aus. Ja, ich glaube, wir sollten uns langsam ein bisschen... Hätte er nicht gehört, ne? Äh, Tab. Hm. Vielleicht doch nicht. Wer das? Hm. Okay, mal lieber. In großen, tiefen, tiefen. Ich frage, ob der Baum denn daraus, der wechselt, also der wechselt, der Baumstammer wieder nach, ne? Was vielleicht gar nicht gut ist, wenn man die dauerhaft weg macht. Oh, Glühwürmchen. 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 Mal ein Schwertchen. Achso, da muss ich Holzstab machen. Oh mein, Holzstab. Zapp zuweisen. Wie viel fehlen wir zu? Ah. Okay. Wie gibt das? Einer. Nehmen. Brauche ich mehr als Einhaltsstab? Ich brauche für die 5-Voltstäbe. Okay. 3, 2, 4. Und blanken habe ich jetzt gar nicht guckt. Wahrscheinlich auch. Kann ich drin bleiben, aber... Äh... Gewöhnlich. Kutsch. Herstellen. Herstellen. Geht das nur mit Licht oder wie? Äh... Ja. Ne, dann lassen wir hier mal... Ah. So, jetzt brauchen wir noch ein Ritterschild. Seil. Ach Gott, das will. Und 5 Planken. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall noch diese komische Spinnendings wahrscheinlich. Um Seile herzustellen. Oder kann ich hier Seile machen? Mh... Nein. Ist mein... Den Sauer drauf ziehe. Äh... Was? Fressen wir mit Himbeeren voll. Hm. Ne, okay. Ich meine, hier steht jetzt hier so doof rum, aber äh... Ich meine, ich kann euch ja nicht als... Kann ich nicht irgendwie... Hättest du ihn ja los gesagt, wäre ich direkt losgeblitzt. Klingt das ja wirklich... Weil ich lebe jetzt heute durch die Welt zu reiten, aber es wäre draußen schon... Äh... Bleibe zu haben. Ja, dann verdammt nochmal. Wie kann ich dir zum Sieg verhelfen? Lebe in meinem Dorf. Es wäre schon jetzt mal ein... Ja. Hast du einen Schlafplatz? Ja. Fühl dich wie zu Hause. Jetzt... Oh, ich jetzt gedacht, dass es sauer ist vielleicht. Weil, äh... Hier haben wir jetzt das Bett von... Das Bett von Muskelkater. Ähm... Kann ich hier eigentlich... Binrad... Würde theoretisch hingehen. Ich hab nur nicht genug Ressourcen, ne? Das heißt, ich könnte hier noch ein Bett hinbauen. Oder ich baue hier noch ein Bett hin. Ja komm, ich baue hier noch ein Bett hin. Möbel... Bett. Auch nicht genug Ressourcen. Wie viele Halsbrauhänder? Okay, jetzt kann der pennen. Ja... Ich muss dir noch irgendwie eine Arbeit zuweisen. Kann ich das darüber machen? Ne. Holz ist immer so ein bisschen... Holz ist so ein bisschen ein Problem. Ich bin nur gerade auf B gekommen. Das war ein Fehler. Ah! Yo! Oh Gott, das will! Ja! Mhm! Sicher! Ähm... Das macht man heutzutage so. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ähm... Da hat sich halt irgendwas komisch gedrillert. Achso, das ist ein Gräser. Was heißt das? Ist das Tages? Oh, ist das... Äh... Was sind sie? Äh... Das ist das... Nähe... Ich... Ich... Das war ja mies. Das ist eine miese Elfe. Lockt mich hier. Kommt der näher? Der jagt die Schafe. Bin ich hier? Bin ich hier? Den kann ich weg nochmal. Ich weiß nicht, ob ich hier hinten bestehen kann. Keine Ahnung. Ja, das ist ein Spiel ab vier. Das ist ein bisschen Permadeath. Ja, damit brauche ich alles. Alles an mich. Das kann ich im Laufen sammeln. Ich kenne es nicht zum Vorbeilaufen. Gut, ich kann nicht mal gucken, ob ich diese komische Spinn-Dingsbums dann bauen kann. Geborgengeräte. Der Gerät. Spinnrad. Nicht nur Ressorten. Ach, verdammt ich noch eins. Ich brauche irgendwie komischen. Was ist das für ein Clown? Ja, aber wie komme ich dann? Äh, äh? Sägewerk, Grill, Grill, Spinnrad. Geborgengeräte. Gebäude. Ey, da war der Baum. Stamm. Scheune. Hütte mit Veranda. Oh, schön. Einfache Hütte, Doppelhütte. Große Hütte. Aber 41. Sehe ich schon, die haben, kriegen bessere Häuser als ich. Böden, Wände, Treppen, Zäune, Stützen und Dächer. Möbel haben wir nur, Betten bis... Ne, doch, wir haben auch Oberflächen. Tisch. Tisch. Runde Hocker. Beleuchtung. Eine Ranke. Nehmen wir hier zwischen rein, oder? Seewandtackern? Kann ich nicht. So, hier. Ja. Oh. Das gibt es von Muskelkater. Ähm. Was war das? Ich brauche nur für Dingens. Für die Schild brauche ich irgendwie... Ich brauche ein Seil. Ein bisschen Seile machen. Also, ich würde ja schon ganz kleines Schild haben. Aber wie kriege ich ein Seil hin? Ich meine mit dem Sägewerk wahrscheinlich nicht. Ähm. Krill kann ich auch kein Seil machen. Spinnerart. Ich meine, da kann ich Stoff machen. So weiter. Für Spinnerart... Äh, Wolfskrall. Ich muss tatsächlich Wölfe kloppen. Boah, kriege ich das hin? Hä? Jolo, oder? Gucken. Da hinten war einer. Hier hinten, wo war einer. Ja, wo ist denn? Alter. Ach, gleich eine Meere, natürlich. Aua. Eine Wolfskralle. Und ich bin ziemlich im Aursch. Hä? 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 Äpischer Kampf. Äpischer Kampf. Und jetzt bin ich ja im Moment erstmal... Ich meine, jetzt sind die ja weg hier. Das heißt, ich kann hier eigentlich erstmal... Äh. Was ist das? Was ist das? Da ist nichts. Lager. Also, was habe ich davon? Was ist das? Und was knutzt er so? Und wieso heile ich nicht? Uh. Nehmen. Nehmen. Wow. Erde und Himbeersamen. Äh. Na, ist er super. Wow. Ich habe Himbeersamen bekommen. Und der Treppe ist nichts mehr Spezielles. Das ist ein beliebter Versteck. Ich muss trotzdem... Knutzt schon wieder hier. Ich weiß nicht, was das ist, aber ich nehme es mit. Was trage ich da? Und das ist mein Magen, der da so knurrt? So, ausweichendes... Wow. Okay. Ausweichendes Kontroll. Okay. Ja, ich sage ja, also ohne Schild will man das eigentlich nicht machen. Ist ein bisschen Dünger. Ich nehme es mal mit. Ich weiß nicht, was das gut ist. Ach, das ist keine... Ne, das ist keine Windhose. Das ist die Rauchsäule von unserem Lagerfeuer. Gut. Dann halt das. Ähm. Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Das war eine Bombe? Nein, dieser schöne Baum. Ja, ich... Ich habe überlegt, diesen Ort zu verlassen. Äh... Oh, das Dingens... Hier... Wo war das Dorfzentrum? Hier. Dorfplatz. Wow, jetzt fange ich hier... Ne, fange ich hier von vorne an, oder? Ne. Was ist denn das? Super Mario? Zündkerzenkünstlerin. Okay, wir wissen ja jetzt, dass dieses Fass eine Bombe war. Was diese Kiste war? Keine Ahnung. Was ist mit hier? Ist mir ein Vergnügen. Ja, schön. Kann ich dir bei mir was helfen? Nahrung, Unterkunft, Wärme. Ich zeige, wir verbessern. Wenn wir die Werkbank aufrüsten würden, könnten wir vielleicht bessere Ausrüstung erstellen. Ja, hält den... Ja. Boah, ich brauche Planken. Ja. Ja. Holzschneidenk... Ja, das weiß ich. Das ist... Ja, das ist schon klar. Aber... 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 Kann ich denn... Wie kann ich die aufwerten? Ein Handwerksmanager ist von Rollern hinterlassen mit... Ah, die Roller sind diese Steinfiehe hier hinten. Ich muss jetzt aber erstmal irgendwie in... Ich habe acht Wolfskrallen. Achso, nee. Ich brauche hier... Ah, warte mal. Ähm... Boah, das ist echt kompliziert. Also, ich brauche jetzt mal diese komische Spische Spinnenrad. Spinnenrad. Brüderisch acht Blanken und fünf von diesen anderen Dingern. Ja, okay. Ja, dann mach doch mal hier. Blanken. Eins, drei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und fünf Holzstil war das, ne? Nein, 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 nein. Okay, kann ich nicht auch noch zuletzt Licht wissen? Ähm... Möbel. Nein, ich brauche ein Lager. Kleine Druhe. Das ist die kleine Truhe? Brauche ich sechs Blanken. Okay. Wir machen mal eine kleine Aufnahmepause. Wir sehen uns im nächsten Fall. Tschüss.